Ich verstehe. Und das ist die Wache auf Patrouille. Ja, schön. Du weißt schon, dass es Nacht ist, ne? Ich wusste gar nicht, dass hier Glocken läuten. Cool. Gut, dann, wenn ich jetzt schon längst hier irgendwo was zugemacht hätte, könnte ich mir jetzt irgendwo mein Bett suchen. Na, was ist das? Eiche und Krummstaub. Da war doch auch irgendwas mit Eiche und Krummstaub. Da gab es doch auch ganz viele Quests drin. Habt da Betten? Haha, geil! Hi! Ja, ich würd gern Bett haben. Ja, ich nehm sie. Lebt wohl! Ja, ich geh jetzt schlafen, weißt du? Hm, hm, hm. Hm, das hier? Hallo? Hm? Ja, ich schau euch erstmal gern hier um. Ob der was Feines gibt. Gibt. Zum Beispiel Garn und Pinsel. Ah, wir gehen jetzt erstmal acht Stunden mit Pennen. Schnarch! Und jetzt erstmal strecken! Okay. Auf ins Abenteuer! Hüpp! Was macht ihr denn da oben?! Würden die bei Assassin's Creed jetzt sagen. Er sollte sich nicht wie ein Kind aufführen. Achso, es sieht immer aus hier so in Korol. Ich glaube, irgendwas ist hier. Ich sollte mal rausgehen. Und es schließen. Irgendwo hat sich wieder ein Oblivion-Tor geöffnet, weil sonst würde es hier nicht so grau sein überall. Es würde schön hell sein und schöner Tag sein. Da bin ich mir sicher. Oder es ist einfach nur ein scheiß Wetter. Aber hier in der Nähe taucht auch eins auf. Das weiß ich. Was ich jetzt machen könnte, ist ein... Ach nee, warte, hier haben wir ja noch meins. Ui, los! So, gucken wir mal. Da oben taucht eins auf. Das weiß ich zufälligerweise. Ja, ich reite überall mit dem Pferd hin. Das macht Spaß. Hm. Hier taucht irgendwann irgendwo eins auf. Das weiß ich. Hier unten irgendwo. War da unten nicht grad was? Los, Pferdchen! Hm. Da ist doch was. Ach nee, ist nur eine Blume. Oh, meine Güte. Oh, ich hasse diese Pferdsteuerung. Komm, wir reiten jetzt weiter rein. Rein reiten! Oh, jetzt haben wir uns irgendwas reingeritten. Ja, das ist hier irgendwie so ein Altar oder sowas. Und? Aha! Aha! Was habe ich gesagt? Hier ist tatsächlich eins. Steigen besser ab, Pferdchen. Ich lasse dich jetzt besser alleine. Hallo? Äh. Ich weiß ganz genau, dass hier irgendwo eins ist. Da ist es. Sollen wir reingehen? Ich habe jetzt irgendwie keinen Bock drauf, aber... Wir machen es einfach... Und töten das Fieder. Eigentlich ist es voll dumm, weil ich keine Tränke mehr habe. Ihr habt gefunden? Ein Tor nach Rübleion. Ja, nee. Ist klar. So, wir gehen jetzt rein. Auch wenn es einfach nur dumm ist. Wir schaffen das schon. Oh, na. Entschuldigung. Okay. Hier tut sich wieder ein ganz großes Rätsel auf. Wo müssen wir hin? Wir gehen erstmal hier lang. In einer Ebene weiß ich zum Beispiel, dass man sich darüber schieten kann irgendwo. Dass man das ein bisschen abkürzen kann. Aber ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Und der... Oh mein Gott. Der Turm ist ja noch schiefer als der schiefe Turm von Pisa. Ja, ich weiß. Der Witz war jetzt nicht so... ...lustig. Stirb, du elendes Gemonen-Fieh. Ich mach dich fertig. So, jetzt ist es tot. Also, wo das Zischen immer herkommt, weiß ich auch nicht. Ähm. Weiter geht's. Ja, armes... ...Menschlein. Was zum... Oh. Ja, das... ...ist nicht so schön hier, ne? Und da ist noch nicht mal was drin. Zeh. Pa! Ah. Eine Brücke. Ich weiß zwar nicht, ob ich hier richtig bin, aber ich lauf einfach rum. Meistens hab ich's immer gefunden. Meistens. Oh, da unten ist noch was. Da gehen wir natürlich hin. Wenn du irgendwas dagegen hast, dann... ...sagt Bescheid. Oh, und ein... ...Gold. Fünf Gold. Ich will gar nicht wissen, was das eigentlich ist. Los. Spring doch. Ich weiß, dass du hier hoch kannst. Man konnte ja auch hier runter, ne? Und das wurde ja nicht da zum Spaß so aufgehangen, um die Spieler zu ärgern. Sondern weil man auch dahin kann. Spring! 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 Gut. Man, ich will höher springen können. Deswegen muss ich erstmal ein bisschen... ...üben. Wir sind also den richtigen Weg gegangen. Was zum... Wow. Äh. Ja. Mich öffnet das gerade am Ohr. Und wieso bin ich eigentlich so leise? Ähm. Ah! Stirb! Ich klicke dich tot! Gut. Mein Knochen! Schwerstkampf verbessert. Oh, und hier? Was ist hier so? Oh. Aha. Zehn Löffel! Hm. Kann man hier runter? Also hier runter würde ich eigentlich nicht so gerne, aber... Ich glaube, man muss hier runter. Banzai! Wow. Mehr sind hier nicht? Gold. Ich glaube unten in der Stiefel. Aha. Jo, dat war mal, äh. Ja, Knochenmehl. Hä. Lustig. Gold. Hm. Ah. Genau. Jetzt kommen wir zu einer sehr heißen Ebene. Also hier ist es schön heiß. Schön heiß. Schön warm, würde ich sagen. Sommer. Oh. Äh, nein. Das ist ein Turm. Okay. Au. Stirb endlich, du dummes kleines Vieh. Nein, ich muss da rauf. Fuck. Oh. Hm. Stelle. Ah. Hipp. Au. Das hat gepiekt. Leichenzerquetscher. Ja, finde ich jetzt eklig. So, nach oben brauchen wir nicht. Wir müssen einfach hier durch. Aber man könnte oben noch ein paar Sachen finden. Zum Beispiel Gold. Also gehen wir trotzdem nach oben. Ob ihr es wollt oder nicht. Oder herunter, der hängende Leichen. Auch schön. Ja, also, sehr, äh, 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 ähm, die Einrichtung finde ich schon mal sehr schön. Sehr schön gemacht. Hier auch. Hier. Zwei Gold. Hm. Komm ich jetzt nicht dran. Schade. So, ich hoffe, dass ich mich jetzt hier nichts erwartet. Nee. 18 Gold. Das finde ich schön. Äh, Zahnstange. Ah. Zwei geöffnet. Boah, ist das gruselig. Also, das finde ich jetzt gruselig. Na ja, was soll's. Oh, warte, ich glaube, wir müssen hier durch. Tür zur Ödnis von Obligum. Ja. Ähm. Ach du Scheiße. Da läuft ein Typ rum. Komm schon, stirb endlich, du elendes Viech. Ich mach dich fertig und du bist tot. Jetzt kommt der gleich. Oh, fuck. Äh, fuck. Ach nee, das ist der. Hallo? Ja, los, stürz in die Lava. Stürz in die Lava, los. Ab in die Lava mit dir. Ab in die Lava. Ha 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 ha. Ha ha ha. Okay, es darf nur ich nicht in die Lava stürzen. Ah. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Äh, D3. Was hab ich denn da? Das ist eine Enttäuschung. Mhm.